Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands! Ich renne weg, ich renne weg, ich renne weg! Nein. Ja, fein. Also, ich hab da irgendwie, wenn ich das richtig lese, wenn dein Freund außer Gefecht ist, heile hin und heile ihn schnell! Ja, man muss halt hinrennen und einfach wieder überleben. Ich glaube, das meinen die Metallen. Nein, ich lese es nochmal vor, wenn dein Freund außer Gefecht ist, heile hin und eile ihn schnell! Okay, ich glaube, da haben wir uns vertauscht. Ja. Boah, ist ein kurzer Leck bei mir. Bei mir nicht. Noch nicht. Also, wo seid ihr? Ich bin hier am rumstehen. Ich bin jetzt gerade mit mir schauen, was wir noch für Missionen haben. Wir müssen, wir sollten noch ein paar Missionen abgeben, würde ich mal sagen. Wäre nicht schlecht. Was haben wir denn noch da als Missionen? Wir haben da die Legende von Moomaly, Sledge some Snave Force, Schnitzeljagd, Sniper Ruffle, Todeskreis Finale. Okay. Und dann die Schockkristallernte. Ne, die Runde haben wir noch nicht überlebt, die Todeskreis Finale. Da würde ich erstmal sagen, wir fahren nach Firestone und geben die ganzen Quests ab. Ja, das würde ich auch vorschlagen. So, jetzt habe ich wieder mein pinkes Auto. Also, ich sage es mal so, der Bubble fährt besser als du, sorry. Na, ist noch nicht schwer. Das ist nicht schwer. Ja. Und wir können hier unsere Waffen verkaufen. Stimmt, falls wir Überschuss haben. Boah, war das jetzt viel Erfahrung. Jawoll, Artefakt bekommen. Echt? Ich auch. Artefakt? Muss ich mal schon, ob ich eins bekommen habe. Äh. Ja, stimmt, ein Brand-Artefakt. Verbessert nur Rigs-Berserker-Schläge, Bandschalen hinzu. Ja, genau. Wenn man das jetzt einsetzt, dann haben wir jetzt meine Schläge Brandschalen. Auch mal interessant. So, was brauche ich denn nicht? Ich brauche ihn nicht. Boah. Ihr Raketenwerfer verkaufe ich auch. Oh, ich habe ihn. Eine Sniper? Braucht ihr mal von euch eine Sniper? Nö, nö. Okay. Dann wollte ich sie. Dann kann ich hier noch ein paar Schilde verkaufen. Oder braucht ihr vielleicht ein Schild? Ich habe ein Schild mit 174 Kapazität. Braucht das jemand von einem? Moment. Äh, meins hat 181. Okay, brauchst du es, ähm, Chris? Ja, wäre nicht schlecht. Okay, dann kannst du es haben. Ähm. Ich schmeiße es mal kurz weg. Weil ich... Es kann ja sein, dass es vielleicht ja noch von euch braucht. Wegwerfen. Da liegt's. Da liegt's. Ähm. Was haben wir denn jetzt hier noch für aktuelle Missionchen? Ähm. Todeskreisen, Sledge. Machen wir Sledge, oder? Ja. Mal auf zu Miene. Ähm. 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 es war noch gerade am Laden im Laden drin aber egal wir fahren schon mal vor ein bisschen sinnlos rumballern wie fühlt man denn die hinzu draufklicken oder menschen das flammen das musste er ach so ich hab's schon gemacht in Ordnung ich glaube ich fall gerade irgendwo in Südorf-Afghanistan rum und ich überschlag mich mal wieder so viel bin ich richtig ja ich hab's gefunden ja toll ich muss erst mal mit Boost gegen die Wand fahren du Noob hier ist Munition einiges an Sniper ach so falls sich mal einige auf meinem Kanal wundern wenn sie sich die Videos anschauen warum ich also warum bei mir meine Schüsse ab und zu nicht zu hören sind das liegt daran dass ich die ganzen Sounddateien von Soul bekomme aufgrund dessen ähm wieso sind deine Videos eigentlich immer so klein also komprimiert weil ich ganz anders gerendert hatte jetzt ist es ja momentan bei mir richtig ja er lädt noch sag ich jetzt mal zu dem Zeitpunkt es kommt noch größer so zum Safehouse Moment so äh was war das das Ding hier piss off so das ok gut äh ok das wird jetzt lustig da sind wir insgesamt 22 mal verreckt nicht wahr das war offscreen ich weiß aber du müsst ja immer offscreen das war vor 3 bis 4 Wochen ja und das war ein anderer Charakter ich wollte schon mal das Spiel ein bisschen genauer kennenlernen aber ist schon egal passt schon ja so erstmal hier rein schauen vielleicht gibt es da was interessantes wäre nicht schlecht das muss ich mir natürlich mal gleich kaufen hier so jetzt habe ich jetzt jetzt was für ein Soldat echt ein Classmode ja stimmt ein Classmode aber ist es auf Level 19 nutzbar also ich soll ich schon mal angreifen oder soll ich noch auf euch warten nein noch nicht oh oh ihr habt mich gesehen ja denn schieß einfach drauf habe ich schon ja das dachte ich mir auch gerade eben ein mutierter Mini-Psychopath hatte ohne Brenner auch noch was gibt es den Ort das ist ach so jetzt verstehe ich toll ich bin mal wieder verweckt meiner meiner kann ja auch deiner sein naja ist es auch wow was ist der Zielgrenze wer hat da eine Explosionswaffe ich vom letzten Part wo wir gerade von den Idioten gekommen sind echt hier sind ein paar Schränke Geld Raketen Munition ich helfe mal im Bubble mach das oh fuck was denn wie fährt denn der aus der will 8-Hinner-Schläger oh das wird jetzt etwas heavier toll ganz knalllos verweckt kam wo ich meinen Action-Skill starten wollte hä ja toll ja ich bin auch gerade down fuck den kriege ich noch den kriege ich jo mach hin ha wie hat es mich gekostet viel zu viel 1150 scheiße ich bin jetzt kam schon wieder so schnell dass es wieder dieser bug ich finde ich finde hier Raketen ohne Ende obwohl ich hier keine Raketen brauche hier ist eine schöne Kiste hier hinterm Haus ist auch eine richtig schöne Kiste also hier ist eine SMG und eine Combat Riffle falls jemand SMG SMG mit zweimal Feuerschaden 25 Schaden die nehme ich gut ich muss jetzt mal gegen den Pfosten rennen dein Charakter ist auch ein Pfosten ja und wo ist denn die SMG die ist in dem Haus da hinten wo ich gerade rein schieße wo ich gerade rein renne ah ok hier ist ein Snipe ne das ist die Sheep Riffle und das hier ist die SMG oder wie ja das kleine Ding da ist doch eine SMG da kommen die Viecher von was ist das was ist das ein Geschützturm ne das war vom Bubble aus ich komme mal eben zu euch hin oh knallhartter Schläger noch einer ey geht's noch naja ich gehe mal kurz sterben hä na toll hier sind wieder ein paar Wachen und sogar welche mit Feuerschaden ach der steht direkt vor mir der Schläger ach ich spawne mal schnell weee tausend 229 das höre ich immer gerne Ich werde das von uns bin von uns von uns von uns von mir von uns von uns von uns von uns von uns hier ist auch was die Brauch oder Worte die ist besser als meine Boah was ist das für ein Ding das ist ja schon fast ein Granatwerfer was ich hier habe vom Lauf her Hä was wo? ja das Ding was ich hier habe ist ne äh ne Combat Riffle sieht aus wie so vom Lauf her wie so ne Granatwerfer wo? was in hier? Medikit für dich Chris brauchst du ja ok jetzt weiß ich noch dass es mit mir zwar gerade die ganzen Feuerwaffen aber egal so ab hier wird es jetzt etwas kritischer wenn ich mich nicht irre da ist ne Waffenkiste ja da ist noch ne Riffle also ne alles bei Combat Riffles brauche ich aber nicht ähm ich belebe dich mal schnell wieder Dummheit tut selten gut sage ich da nur was hast du du gemacht? gegen das fast geschossen schon wieder gut da unten ist ein Schläger mhm den ich etwa so gut treffe wie ich weiß es nicht gar nicht genau oh brennender Psycho Vorsicht also ich hab ein Programm ganz andere Probleme und zwar mit meinem Leben ich hab fünf Leben ich will ach das bist du ich hab jetzt gleich gerettet und sicher auf mich zu den mein Lo Italy verdammt hund Hier irgendwo ist auch ein Geschützturm Ja, da war noch nicht Sehen schon Ich renne hin Ich setze also auf meine Karte Oh, das war's Superbubble, sorry Oh, ich glaube ich habe das Geschütz erlegt Das ist das Geschütz Sehr schön Jetzt sitze ich drinnen Das macht jetzt auf die Schaden, das Teil Ich drehe mich hier Ein Sniper mit Heuerschaden Hier vorne Ich mag das Geschütz nicht Nein, schwächer als meins Ja, das ist wahrscheinlich ja jetzt deins Aber Feuerschaden Boom, Baby